Sie klingen zumindest gar nicht mal so schlecht. Und alles steht wieder total im Weg. Jetzt weiß ich, warum das schwer heißt. Oh ja, geil. Sie stehen alle so scheiße und man kann sich den Xbox-Stat ausstellen. Oh ja, ich... Revertur für den Arsch. Ich hasse euch, ich hasse euch alle. Oh, ich kann sie nicht mal richtig sammeln. Ich soll vielleicht doch mal einen Commander bauen, hm? Ach, Ivo. Ich schaff das auch ohne. Ich bin gut. Ich erzähle ich dir das im Mist. Warum steht er da rum und macht nichts, hm? Gibt doch gar keinen Sinn. Egal, wir speichern. Wir haben ja erst mal die Luft. So, wir ignorieren den Panzer, der auf uns schießt. Der ist nicht so wichtig. Nein, wir fahren dahin. Da hin. Oh, was bist du? Scheiß, Direktor. Professionell, hm? Ah, mein Einheit war professionell. Dummloser Maschinengewehr, bloß drauf, hm? Geil. Okay, okay, wir gehen jetzt durch die Panzersperren. Forschung abgeschlossen. Moment, ganz ruhig, ganz ruhig. Was, können wir noch erforschen? Schnell vorher eine Minirakete, ne? Was haben wir jetzt überhaupt erforschen? Naja... Dräht euch wieder in 20.000 einzelne Gruppen, damit ihr Jane die geballte Feuerkraft habt. Ja, ihr habt schon recht. Das ist ja auch langweilig, hm? Warum habe ich auf einmal so wenig Energie? Ich brauche viel, viel mehr und... Oh, da ist so viel. Oder ist er noch nicht mal kaputt? Oh, stirb, Bunga, stirb! Oh, ja, geil. Ich will hier ja schon wieder Einheiten. Ja. Oh, ja, kann ich neue bauen, ne? Ob jetzt, ja, das Ding halt mal in die Luft. Warum stehst du da unten rum? Was soll denn das? Boah, äh... Die Stadt ist immer gezielt auf den Feind angeschlagen. Nein, wir bleiben stehen. Das ist so lustig. Äh, was? Das war nur ein Vorposten, oder was? Oh, ich hasse euch. Gruppe 2, meldet. Gruppe 3, meldet. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ja, jetzt komm, ja, hat alles Zeug in die Luft. Es steht nicht dumm in der Gegend rum. Wie blöd seid ihr eigentlich? Oh, sie kommen von hinten, sie kommen von hinten! Oh, ich zeig euch mal, wer hier von hinten kommt. Wieso bist du nicht eins? Ah, weil du nicht ein Reichweite warst. Äh, ich bin so blöd. Ja, wir sprengen unsere Mauern in die Luft. Äh, unsere, ja, es sind unsere Mauern. General, General, sie zerstören unsere Mauern. Was? Wie kann das sein? Wir haben sie doch gestern erst mit C4 verstärkt. C4, wir kommen jetzt auf C4. Ach ja, weil die immer so schön in die Luft fliegen, die Mauern. Es schießt halt von da unten drauf und fahrt jetzt 20 Kilometer weg. Und ich hab doch alles kaputt gemacht. Wo steht denn da noch was? Scheiß doch die Wand an. Nein, da wolle ich speichern. Da wolle ich speichern. Ich speichern wolle da was. Und da auch, halt, der, voll krass. Und, ah, da sind noch Hütten und... ...voll vorbeischießen, ja. Ah, da ist noch eine Fabrik. Deswegen... ...ist das alles, was da noch steht? Hm, sieht fast so aus. Ah, nein, da steht noch ein Gewissen mehr. Wir jagen, das würde ich verbringen in die Luft und hoffen, dass wir ein cooles Artefakt zum Erforschung kriegen. Oh, komm. Oh, wie sind alle durch... ...basis entdeckt. Artefakt entdeckt. Noch eine, ohhhh. Komm. Was können wir erforschen? Was ist das? Kettenantrieb. Klingt gut. Doch, ja, doch. Klingt nicht schlecht. 70 Einheiten, na ja, 5 Einheiten verloren. Das ist gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Vorrückender, feindlicher Transport. Ich muss den Transport auslöschen. Das geht mir auf den Sack. Denk ich mal. Forschung abgeschlossen. Oh, noch was, noch was? Oh, MK3. Oh, oh. Wie viel Feuerkraft haben wir denn jetzt? Oh, 256. Yeah. So, klingt das doch geil. Klingt schon mal gar nicht schlecht. Ja, doch, doch. Jetzt kann ich Ihnen voll meine Raketen in den Arsch schießen, ne? Hehehe. Und die werden ja automatisch nachgerüstet mit den Dingern. Und wieder stehen zwei oder drei ganz weit oben, damit sie auf die ersten Simi-Rangie getroffen werden. Ne, ich hasse euch zu sehr. Ich hasse euch! Meine eigenen Einheiten sind der schlimmste Feind. Ich will mich ja das ganze Spiel drüber aufregen. Und jetzt bleib halt mal stehen, du dummes Arschloch. Da, aber hier. Fahrt ihm auch schön nach. Ihr habt's schon recht. Ja, genau. Man fährt doch immer jemanden nach, oder? Wenn der Feind plötzlich wegfährt. Dann fährt man ihm doch immer nach, oder? Okay. Das hat keinen Sinn, da zu warten. Oh, was? Scheiß doch die Wand an. Geh die Wand anscheißen, komm. Das ist interessanter, als mir hier zuzuschauen, wie ich... Oh, einer, einer, der dachte, der andere verliert. Ja, geil. Boah, was haben denn die schon wieder für Panzer da? Ja, die halten ja 20 mal so viel aus, wie meine. Der stört mal diesen scheiß Turm da. Wie sie sich schon dagegen soll ich blockieren? Das ist... Unbeschreiblich. Komm, schieß nochmal so eine scheiß Rakete. Und wie lange spiel ich überhaupt schon? Ich wohl auf nur zwei Stunden spielen, damit ich... Waaaaaah, fickt euch. Ich hasse euch. Warum steht er schon wieder und... Ooooooh, Larry. Geil. Und da komme ich nicht mehr drauf. Ja, zieht euch zurück. Komm, zurück. Geil. Okay, so viele Basen können da nicht mehr stehen jetzt. Oder? Da steht nicht noch ein, oder? Nein. Warum leuchtest du da unten noch? Da habe ich doch alles kaputt gemacht. Ah, dummes Spiel. Okay, wir versuchen es mal so. Und dann... Oh, geil. Komm ich direkt. Na, la, la. Gibt nichts Neues zum Einforschen. Was ist das? Käpt'n Geschwindigkeit langsam. Geil. Kann ich mir sowas von überhaupt nichts mit anfangen. Boah, die Raketen hauen ganz schön rein, oder? Will ich mir das? Oh, scheiß doch, die Wand. Ah, na. Ihr könnt euch vorstellen, wie meine Wand jetzt aussieht, ne? Na, das sieht schon seit Jahren aus. Einfach beschissen. Hahaha. Was für ein lustiger Wortwitz. So, nun haben wir alle gelacht und kann es weiter gehen. Weißt du? Kommt daher. Fahrt zu. Ja, ich... Die Treffen werden wieder so ewig geil. So, was haben wir da jetzt... Das sind Halbketten. Oh, oh. Ja, Halbketten gehen ja noch. Aber Ketten... Die sind schon ziemlich langsam. Ich mach mal Halbketten draus. Da will ich doch hin. Und wir bauen auch zwei Lancer, weil die so cool sind. Und richtig fett Schaden machen. Und sowieso überhaupt und alles, ne? Und... Naja, wisst schon warum. Nein, wir haben keine Ahnung, weil du total schmarrn redest. Was irgendwie stimmt. Oh, wie viele Einheiten habe ich noch? Offenbar ist richtig. Das geht noch. Das geht noch. Wie sind es denn jetzt? Oh, drei. Oh, das geht noch. Oh, da sind alle tot. Oh, das geht noch. Das geht noch. Produktion abgeschlossen. Okay, was muss ich denn alles kaputt machen, damit da keiner sonst vor dem wegkommt? Alles, oder? Scheiß Mucken da, verpiss dich. Oh, geil. Ich kann nichts gegen die scheiß Adlerie machen. Wie scheiße ist das denn? Hab ich schon mal gesagt, dass ich Adlerie hasse. Was? Nein, ich hab nie behauptet, dass die gut ist. Niemals! Meine vorherigen Videos, die gab's gar nicht. Nein, das ist mein erstes Video. Produktion abgeschlossen. Mein erstes Let's Play. Willkommen. Produktion abgeschlossen. Ich bin voll scheiße. Und ihr schaut's euch trotzdem an. Ihr seid blöd. Mein Ernsthaft, schau das jemand an. Ich glaube nicht. Ist auch besser so. Und verdammt. Ist die Basis jetzt ausgelöscht. Sind die Transporter weg? Ich koche jetzt. Was ist das da? Egal, die Jagd in die Luft. Und auf Wiedersehen. Tschüss, Strom. Und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen.